Na gut, A weißt du doch, aber C weißt du doch nicht mehr. Das war jetzt so lustig, ich musste sogar meine Stimme für verstellen. Das soll ich lassen. Das wirkt nur von Inkompetenz, die ich wieder an den Tag legen will. Also irgendwo war's. Weil ich mich scheiße spiel. Und wer scheiße spielt, spielt halt scheiße, ne? Kann man nichts machen. Ich spiel aber gerne scheiße. Wie viele Runde waren das jetzt? Dritter? Vierter? Fünfter? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall juckt's grad. Oh scheiße, ey, zuckt's am Ohr. So. Ach komm. Ich kann auch mal ein bisschen rumschneiden heute. Wie war das? Nie campen. Nie campen. Und was mach ich? Ich, ich kenn mal eine Teufel. Die Drohne nähert sich. Hamtgrenate geworfen! Hamtgrenate hat der Killer Drohne eingesetzt. Bewegung! Na? Na? Ja, jetzt ist es schön. Nein! Ich hätte schneller wechseln müssen. Wir werden beherrscht. Aggressiver vorgehen. Erschütterungsgranate geworfen! Hamtgrenate geworfen! Schöpfeangst. A wird gesichert. Scheiße, du elendest. Es ist jetzt reich. Wir verlieren A. Bravo wird gesichert. Bravo wird gesichert. Feindliche Hunter-Killer Drohne unterwegs. Feindliche Hunter-Killer Drohne unterwegs. Achtung! Feindlicher Tarn-Helikopper unterwegs. Ach, ich bin eigentlich zu langsam. Feindlicher Hunter-Killer Drohne nähert sich. Feindlicher Hunter-Killer Drohne unterwegs. Feindlicher Hunter-Killer Drohne unterwegs. Hamtgrenate geworfen! Push! Pass mich rein. Mach ich doch. Alter, von wo denn? Piss dich. Sonst mach ich dich Messer. Was ist das für eine geile Knarre, die er jetzt in der Hand hat? Ey, die kannst du auch ohne Visier spielen. Das ist dir bewusst geworden. Aber naja. Ich rede von der Theorie und die Praxis. Seht ihr immer was anderes vor? Oh, jetzt schon zweit. Zwete Runde. Lass mal ein paar Punkte absneaken. Ohne Spaß. Wie hast du das geschafft, du Mongo? Dämliches, dreckiges Hurenkind. Ich weiß, dass ich hier irgendwo lang muss. Alter, ich habe gar nichts mehr gesehen. Wurde dem verfluchte Scheiße. Das war jetzt aber Lack. Du willst mich denn eigentlich rollen, oder was? Okay, warte. Deine Mutti verliert Charlie. Warte mal. Dann scheiß tust du mich killen. Alter, das ist unmöglich und menschenunwürdig. Fick dich, ich stand noch einen halben Meter weit weg, weißt du. Und nein, die Granade muss ich killen. Kotzt mich das an. Da oben ist einer. Wir verlieren Alpha. Wir verlieren A. Wir verlieren A. Ich habe mich jetzt gewundert, wieso es so extrem geleckt hat. Alter, war die zweite Runde scheiße. Die zweite Halbzeit, oh war die kack. Das sind die besten get live and aim. Scheiß, ist ein Scheiß-Game. Ich werde es dir installieren, ne? Schon klar. Das sind diese Mongos, die ich am meisten hasse. So. Oh. Oh. Ihr wisst, was das heißt. Raus. Klasse, die du. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Frischheit und Ausrüsten. Sie haben eine neue Waffe freigeschaltet. Waffen. Ah, ja. Klasse, ne, die du, was gibt's noch? C. Alter, willst du mich denn nicht ficken, oder was? Bodenkrieg. Abschluss bestätigt. Bodenkrieg ist scheiße, sage ich jetzt schon. Deswegen spielen wir es nicht. Und da waren auch viel zu wenige Leute. Aber Abschluss bestätigt. Das geht eigentlich voll klar. Du de welcher. Du dem Hund. Du bist.